Trinities Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe Ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Hey, Sammy, wie läuft's bei dir? Gracias, Jonah. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das viele Essen lässt meinen Magen knorren Du hättest was essen sollen Ich war zu aufgeregt Wie üblich Die Jugend ist bei den Jungen verschwendet So sagt man Bei mir nicht Ich hatte eine wilde Jugend Ich hatte eine wilde Jugend Bitte, bitte, probieren Mh, riecht sehr lecker Oh, hast du jetzt Zeit zum Essen? Ich passe mich an Tja, ich sehe nicht, suchen wir weiter Er hat genug getrunken Siehst du was? Nein, suchen wir weiter É gut pagar ich denn? Oh, ich schätze nicht, die diesem squatten Danke. Hier passiert einfach so viel. Ich würde es gerne mal sehen, wenn wir frei haben. Gefällt Ihnen was davon? Ich sehe mich nur um. Sie sind aus England. Sie brauchen ein Souvenir. Tut mir leid, Juan. Sie hat schon zu viele Souvenirs. Okay, Jonah. Woher kennst du hier jeden in der Stadt? Ich rede mit allen. Probier's mal. Schau, für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Du hast nicht mal keine Menschenmengen. Sind wir Sturmwachen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Nein, schon okay. Ich weiß nicht. Auf dem Böden muss man sterben Karten König contact mit Destiny herausbeenden? Es gibt andere Monate. Ich weiß nicht. Aus chirurggες Diagnose nicht. Sie haben die yummy-karate Teile. Das war's für heute. Ich sehe ihn. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also weitermachen. Danke für eure Hilfe. Danke euch sind wir sicher. Bis dann. Jonah, ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Verzeihung. 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 Wir sind zu allem bereit. Wir haben es nie in die Flitterwochen geschafft. Mein herzliches Beileid. Vielleicht mache ich die Reise allein. Verzeihung. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Lara. Ja, ja, du hast recht. Ich weiß, wie Papa ist es, und er ist bailando, Feliz. Ja, ja, du hast recht. Ja, du hast recht. Ja, du hast recht. Ja, du hast recht. Ich bin in der Fülle. Was ist das? Jemand hat an Städte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutung. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Ernesto, lass mir dir zeigen, wie du bist. Doktor, sind viele von deinen Männern. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. Ich bin sehr orgulöser von dir. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich. Kaukasisch. Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Keine Sorge. Lauf. Spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Jonah, sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Ich habe eine gute Beobachtung. Ich habe eine gute Beobachtung. Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Eine Maya Pyramide in so einer Art Höhle. Faszinierend. We can't let Trinity get hold of this. Let's think this through. Do you realize the tragedy you have unleashed? The cleansing has begun. It falls to me now to stop it before it consumes us all. What have I done? What a shame. What a waste for you to be full under the water. What a shame. What a waste for you to be full under the water. What a waste for you to be full under the water. What a shame you can't hear me. I speak louder. Ich weiß, dass es nicht praktisch ist. Ich weiß, dass es schwer zu glauben ist. Du wirst nicht wissen, dass du das so gemacht hast, Lara! Du wirst... Du wirst...